Die Kinder-Jugendarbeit ist zukunftsrelevant, weil sie krisenfest ist. Mein Name ist Wolfgang Spröhr, ich bin Hochschullehrer für Sozialpädagogik an der Universität Hildesheim und gegenwärtig Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums. Früher war ich selbst in der Jugendverbandsarbeit aktiv und bin hier bis heute verbunden. Zusammen mit Kolleginnen der Universität Frankfurt haben wir eine Studie gemacht, wie es jungen Menschen zu Zeiten des Lockdowns geht. Eines wurde deutlich. Junge Menschen fühlen sich übergangen und nicht beteiligt. Sie wurden nicht gefragt, wie man Bildung, Arbeit und ihre Freizeit neu gestalten kann. Sie hätten viel zu sagen, wie dieses gehen kann, auch im digitalen Raum. Darum müssen wir zeigen, dass Beteiligung kein Schönwetterrecht ist. Junge Menschen haben ein Recht auf Beteiligung und Kinder- und Jugendarbeit unterstützt sie dabei, dass dieses Recht verwirklicht wird. Junge Menschen sind die